Weiter geht's hier mit Mario Kart Wii und den Spiegel Grand Prix Challenges. Heute spielen wir noch einmal mit einem bisschen schweren Charakter, nämlich mit, kommen nehmen wir mal Peach. Und noch einmal dem Flipster, denn die heutige Challenge besagt, dass wir allen Gegnern 20 Sekunden Vorsprung geben müssen, auf jeder einzelnen Strecke. Wir dürfen erst dann Gas geben, wenn oben rechts auf dem Counter 20 Sekunden abgelaufen sind. Das ist bei einigen Strecken etwas einfacher zum Aufholen, weil sie etwas länger sind, bei anderen nicht. Und die ersten 20 Sekunden karte ich auch immer raus, damit keine Langeweile entsteht. Und los geht's. So, die Gegner haben schon über eine halbe Runde hinter sich. Wir müssen jetzt hier halbwegs mit Itemglück und auch etwas Skill wieder nach vorne kommen. Ein Goldpiss ist schon mal ein guter Anfang, damit können wir hier schön unten lang. Und so ein paar Kugelwilis wären jetzt auch nicht schlecht. Oder von mir aus auch ein Blitz. Ja, ein Blitz wäre eigentlich ganz geil. Aber dafür brauchen wir halt einiges an Glück. Okay, gleich haben wir schon die ersten Gegner wieder aufgeholt. Okay, damit sind wir schon im einstelligen Platzierungsbereich. Ab hier können wir uns dann wieder durch Skill nach vorne kämpfen. Davor braucht man immer ein bisschen Itemglück. Das ist übrigens auch so eine Challenge, die ich aus der Community bekommen habe. Keine, die ich mir selbst ausgedacht habe. What the fuck, ich habe gestrillt. Ich hätte eine Handcampe machen sollen, aber bei Nunchuck ist das nicht wirklich speziell. Guten Tag, Stachy. Da nehme ich Hauptsache noch den Gegner hinter mir mit. Auch hier müssen wir mal wieder den Goldpokal erringen, um die Challenge zu bestehen. Hat ja tatsächlich bisher bei einer Challenge geklappt und bei der anderen nicht. Obwohl es eigentlich genau andersrum war, wie ich es erwartet hätte. Ich hatte eigentlich im Pilzkab jetzt noch relativ leicht und im Panzerkab schwieriger. Aber die Ergebnisse sprechen für das Gegenteil. Naja, was soll's. So, wir sind wieder Erster. Und das sogar mit relativ großem Abstand. Und wenn jetzt hier nicht drei Items auf mich eingeprasselt kommen, sollten wir schon meinen ersten Platz hier auf der ersten Strecke haben. Sauber. Ja, mit ungefähr zwei Sekunden Vorsprung auf Knochen trocken. Ist doch schon mal gar nicht schlecht. So, nächste Strecke. Und die nächste Strecke ist die Kokospromenade. Gut, dann auch hier wieder ein kleiner Zeitskip bis Sekunde 18 ungefähr. Keine Ahnung. So, und los geht's. Die Gegner haben jetzt hier etwa nur eine dritte Runde Vorsprung. Ist nicht ganz so weit. Ist halt die Kokospromenade. Hier ist es nicht ganz so schwierig, so einen Abstand wieder aufzuholen, weil die Strecke ist halt viel, viel länger als Marios Piste. Die schwierigste Strecke haben wir damit auch hinter uns schon. Und ich hab sogar mal mit dem Gedanken gespielt, das mit 30 Sekunden zu machen. Aber nee. Ich dachte, das wird dann unmöglich, aber wenn ich das Geisel auf Marios Piste beobachtet hab, schau mal. Es ist alles machbar eigentlich, innerhalb von drei Runden. Selbst 30 Sekunden wären, glaube ich, auch holbar gewesen. Komm, dann ändere ich mal kurz die Regeln der Challenge, ganz spontan. Jetzt lauten die Regeln in den ersten beiden Strecken 20 und in den zweiten beiden Strecken 30 Sekunden. Ändern wir einfach mal kurz die Regeln, weil 30 Sekunden dürften auch... ...machbar sein. Zwar sehr schwierig, aber immer noch machbar. Und auch hier sind wir schon wieder auf den einstelligen Plätzen. Nach etwas über einer Minute Fahrerei. Und mein Fernsehstatus in Kürze, den Stand-by-Modus. Sollte das gerne machen, weil ich schau grad nicht auf meinen Fernseher. Kann ich ja auch dank meiner HD60 Pro sein lassen. Yay! Ohne Zeit-Delay das Video sehen. Ein großer Vorteil der etwas teureren Catcher-Card. Okay. Und damit sind wir am Anfang der dritten Runde erster. Absetzen können wir uns zwar trotz der 20 Sekunden jetzt hier nicht wirklich. Also ein Stachy ist immer noch schädlich. Aber machbar ist es allemal. So. Sterneränge können wir uns schon mal abschminken, weil wir immer sehr lange Zeit auf den hinteren Plätzen verbringen. Denn da gibt es noch irgend so eine Regel, dass man bestimmte Sterne noch nicht bekommen kann, wenn man so und so lange auf den hinteren Plätzen ist. Ich hab keine Ahnung, wie die Regel da ist. Oder multipliziere ich dann die Zeit auf den hinteren Regeln? Ach, ist auch egal. Jedenfalls geht es ja nicht mehr so einfach. So, und mein Fernsehstatus zeigt mir jetzt schon seit knapp einer Minute an, dass er gleich in den Stand-by-Modus geht. Super. Dann drücke ich mal grad auf irgendeinen Knopf und dann wird das schon wieder passen. Gut, auf der nächsten Strecke geben wir den Gegnern dann 30 Sekunden Vorsprung. DK-Schikane. Hier kann ich ja wieder mit einem Shortcut etwas abkürzen. Dann brauchen wir auch wieder ein bisschen Item-Glück. Bis gleich. Ich weiß nicht, war es so eine gute Idee, auf 30 Sekunden zu erhöhen? Ich glaube nicht, die sind gleich schon wieder hier unten. Hm. Wir haben jetzt etwas über eine halbe Runde schon hinter sich. Die Strecke ist nicht die kürzeste. Es könnte jetzt etwas schwieriger werden. Aber mit den richtigen Items kann ich jetzt schon passen. Aber ich brauche auch mal einen Blitz zwischendurch. Oder einer von den hinteren aus dem CWU-Feld braucht einen Blitz dann. Oder ich kriege den Blitz. Und der Shortcut ging nach hinten los. Sehr gut. Das sind natürlich die besten Voraussetzungen, um so einen Rückstand noch aufholen zu können. Das war es, glaube ich. Jetzt brauchen wir wirklich hier eine Monsterleistung, dass wir halbwegs noch nach vorne kommen. Wobei es ist erst die erste Runde oben. Die Regeln sind etwas weit nach vorne. Okay. Ich glaube, das sah gerade schwieriger aus, als es wirklich ist. Weil in Mario Kart Wii, sollte ja klar sein, ist ein Mario Kart Teil, ist natürlich immer alle Chancen offen. Eben wegen den Items. Okay. Drei Pilze. Ist in Ordnung. Zwischendurch unten Kugel, Willi. Ah, jetzt hätte ich einen Shortcut nehmen sollen. Mh. Und dann schön mit Kugel, Willi. Ich kann nach direkt aufpacken. Okay. Etwa zum Beginn der dritten Runde kommen wir dann wieder ins Feld rein. Okay. Drei Sekunden sind doch noch machbar, irgendwie. Auch wenn es am Anfang in meinen Augen unmöglich schien. Immer noch aufzuholen, aber die Items regeln halt. Uh, Maxi-Pilz. Er damit. Jetzt noch ein paar Pilze. Ja, einer, okay. Dann kommen wir wieder schön nach vorne. Gut, ich werde den Shotcut jetzt nicht nehmen. Ist mir in dem Fall jetzt einfach mal zu riskant. Und ich weiß, man sollte hier nicht springen. Das kostet Zeit. Wollten wir gerne ein Item holen. Oh Gott. Wenn ich da jetzt runtergefallen wäre, deswegen. Dann wäre ich aber ausgerastet. Huiuiui. Nein. Nee, nee. Komm, dritter wäre ich noch. Nein, euer. Ich hätte jetzt am Ende ein bisschen alt im Pech. Was soll's? Der Sonnzimmer Zweiter wurde wohl jetzt auch wieder Zweiter. Und wenn wir Erster werden in der letzten Strecke oder Zweiter, haben wir den Goldpokal sicher. Gut. Und die letzte Strecke ist leider die, die ich am wenigsten kann aus dem Cup. Varios Goldmine. Das wird schrecklich. Wir bleiben aber bei 30 Sekunden. Huiuiui. Also, nee. Das geht nicht. Wir haben jetzt wirklich eine halbe Runde Vorsprung und ich bin auf der Strecke scheiße wie sonst was. Da brauchen wir jetzt wirklich locker drei Kugelwiese oder so. Hm. Da ist schon mal der Erste. Danke. Der bringt dann ja auch am letzten Platz schön weit nach vorne, aber... Wobei, lol. Der hält ja richtig schön lange. Alles klar. Leicht OP. Das ist direkt der Nächste. Okay, so kann's natürlich dann auch klappen. Und ich glaube, ich wette beim Start, wenn er mich vorher noch rauslässt. Ja, leider nicht. Soll ich da oben jetzt noch ein Item gönnen? Oh ja, vielleicht kommen ja schon die Nächsten. Okay, und auch das sah wieder schwieriger aus, als es wirklich ist. Blitz. Sauber. Da habe ich mir hier noch ein schönes Item. Jetzt sind wir noch auf dem Letzten. Das kann man sich nochmal gönnen. Oder wann Stern? Weil er ist zu spät gesehen. Baby Daisy einmal wegfetzen. Die schwierigere Passage hier direkt mit Kugelwiese machen. Nicht, dass ich da ganz dämlich runterfall. Hallo Funky. Und schwupps sind wir wieder sogar... Fuck it. Vorbeginn der dritten Runde im Teilnehmerfeld. Gib mir ein gutes Item. Ja, Stern ist eine Ordnung, aber... Wobei, was will ich auf dem neunten Platz sonst erwarten? Oder achten. Keine Ahnung. Jetzt muss ich schnell nach vorne kommen. Fuck it. Ich glaube, das hat es gerade versaut. Ein Pilz. Ein Pilz bringt mir nichts. Nein, ich kriege kein Item. Und nur ein Panzer. Nein. Wobei... Nein! Oh Gott, habe ich den noch auf die Kante gelenkt. Ich habe aber Glück, dass derjenige, der mein extra Konkurrent ist, jetzt nicht erster wurde, ne? Oder? Hätten wir eine Punktedifferenz von drei mehr? Wobei... Da drehe ich mich eigentlich so auf. Passt schon alles. Ich denke immer viel zu viel nach bei solchen Spielen. Naja, was soll's. Haben wir tatsächlich diese Challenge auch geschafft. Mit im Durchschnitt 25 Sekunden Vorsprung geben auf die... Äh... Ja, für die Gegner. Das war im Endeffekt doch etwas leichter, als ich dachte. Müssen wir wohl mit der Challenge-Härte nochmal etwas anziehen. Ja, natürlich B-Rang, weil ich so scheiße lange hinten war. Gut, dann aber bis zum nächsten Parts. Und ciao!